Der alte Meier Und Meier denkt zurück, wie's früher einmal war. Man hat ihn früher mal den schnellen Fritz genannt. Er hatte damals noch ne coole, schnelle Hand. Er war Spezialist für Kassenschränke allerhand. Immer Nachtschicht, der Job war wirklich hart. Es lief sehr gut, er hat reichlich abgesandt. Und man kannte ihn in jedem Nachtlokal. Nur das Beste war für ihn gut genug. Schnelle Autos, heiße Frau nach Swimmingpool. Die schönsten Jahre zu schnell verlebt. Keine Müde war zurückgelegt. Er war der beste Mann im ganzen Zyndikat. Doch ne Rente haben sie ihm leider nicht gezahlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute ist er nicht mehr Fritz der Schnelle. Heute kaut er nur noch auf seine Fälle. Trinkt sein Bier mit zittriger Hand. Sitzt jeden Tag am Kiosk auf der Bahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020